Ey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von GDH! Tralada! After Aua! Ich muss immer After Eight sagen. Mit dabei ist der Curry, der Giggels und der Gude Muggles und wir sind hier in meinem Club. Ja, die letzte Folge habt ihr ja schon gesehen. Und jetzt wird erstmal hier... Wie du mit deinem Kopf wackelst. Ist geil, ne? Curry ist erstmal ein Astromant. Von der ISS. Warte mal, ich muss was kaufen. Moment. Ey, geh mal weg! Danke! Oh, geil. Oh, ich muss noch die Donations ausmachen, weil es ist blöd, wenn das auf... Also, Dankeschön, Fafgär für deinen Sub. Ich lese alles danach nachträglich vor, aber während, wenn das auf Duty kommt, ist es ein bisschen... ähm... doof. Okay, ey Leute. Erstmal hart gönnen, Junge. Guck mal hier. Guck mal Curry, jetzt pass auf. Ey, warum musst du denn in deinem eigenen Club was kaufen? Boah! Guck mal jetzt! Jetzt wird gescheppert, Alter. Ja, mach mal auf da, ich hab Bock. Ich auch. Aber genug schütteln, ja? Was, muss ich Enter drücken oder... Shift, ne? Ja, erst mal schütteln. Ganz viel, ganz viel schütteln. Ey, wie schüttel ich das denn? Ja, das steht doch da. Ey, was ist das denn? Na, Gigant, wie schüttel ich das? Mit Enter oder mit Shift? Ja, schneller schütteln, Alter. Einmal Hose auf und dann geht's ab. Ich weiß nicht, wie... Ich schüttel da. Ah, jetzt. Weiter, weiter, weiter! Uh! Oh! Stell dich mal davor, Curry! Junge, du fliegst durch den Laden! China. Is das? Guck mal,有沒有! Ahhhh, erstmal schön abspritze, hier! Uh! Is das voll abort, Alter? Ja, dann mal jetzt, Alter. Jo, mach jetzt, Alter. Ja, hör doch mal im Hum auf. Hallo! ist unendlich. Oh, gönn dir Junge, guck mal hier. Boah Junge. 150.000 Dollar, Alter. Alles weg, alles weg. Sag, guck mal mit, ich zeig euch was. Ich habe was geiles gekauft. Oh mein Gott, bin ich besoffen, alter Schwede. Oh, guck mal, wie die alle abgehen, alle rasten aus. Beim Gen gehen die schon ab, sowas. Ja, guck mal. Hey, was macht der Muggelst du da, Alter? Komm, lass mal hier in den Puffbruder reingehen. Boah, das sieht aus wie ein türkisches Dampfbad, Alter. Ich habe mir dann ehrlich gesagt noch nicht alles so angeguckt. Oh, Alter, da kann man ja durchgucken, Junge. Die können uns nicht sehen, Alter. Guck mal, wie die abgehen. Erstmal noch einen Wein gönnen, ey. Ey, deine, sag mal ganz ehrlich, was ist denn falsch mit dir? Was ist das da für ein Tisch? Oh, oh. Äh, was ist mit dem Tisch los, Alter? Warte. Was hast du für einen Tisch geholt? Der ist ja richtig notgeil, ey. Die Seiten kenne ich ja gar nicht. Alter Schwede, was ist denn da los? Oh, geil. Warte mal, ich habe aber irgendwo Fahrzeuge gekauft. Wo sind die denn? Ich muss die mal empfinden. Ah. Komm mal mit, ey. Die Toilette unten geht richtig ab, komm mal mit. Uh. Uh. Wie Toilette geht richtig ab, was ist denn da los? Komm mal mit, komm mal mit. Boah, diese Ruhe, wenn du rausgehst, ey, und nicht ganz so... Also der Club, den ihr jetzt so gesehen habt, mit allem drum und dran, mit der Lasertechnik und so, kostet um die 5,1 Millionen. Mit allem drum und dran, mit allen Etagen. Boah, ich kann nicht mehr laufen. Was ist denn jetzt los? Hey. Komm. Der Schraub ist doch was. Ich hab Boss, Alter. Uh. Tschüss, Muggles. Äh. Wie Tschüss, Muggles? Ey, wer ist jetzt hier in Ceran? Äh. Hey, was geht doch, Alter? Jo Movin, der hat einen Stecker im Ohr, ey. Was ist denn? Wo geht's denn hier? Hä? Ein Chihuahua, Alter. Alles klar, wir sind wieder dritten. Warte. Was ist denn hier? Wer ist denn hier? Wer ist denn auf einmal die Frau? Let's go. Komm, wir gehen hier auf den Klo, ey. Uh. Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Komm mal, der hier. Warte geht weiter. Komm mal, der hier. Wir sind so hinten drin, auf einmal die Tür auf. Wir hören die Tür auf, aber wir können nicht anders, weißt du? Komm hier rein, Curry. Guck mal. Guck mal. Guck mal, ich, Alter. Ey. Ey. Zöne Maske, Alter. Ja, was geht, Junge? Was geht? Ist das bescheuert, ey. Was kann man denn noch machen? Boah, Junge, ich bin richtig drin, Alter. Ja, das ist voll geil, Mann. Boah, ich bin da komplett besoffen, ey. Ohne jetzt. Hey, ist das jetzt halt ein Affe gegangen? Hey, wer ist das denn, Alter? Yo, was machst du denn hier? Komm, komm, wir gehen mal Klo gucken. Komm mit. Okay, wir gehen mal gucken. Alles klar, let's go. Hier, links. Boah. Boah. Junge. Ey, bevor ihr reingeht, gib den Euro. So ein Schritt. Einen Euro, der will 50 Dollar haben, Alter. Ey, kann man denn echt was geben? Nee, schade. Doch, einen Dollar. Ich hab einen Dollar gegeben. Ey, Boss, was haben die hier vor, Alter? Die wollen... Einen Dollar Trinkgeld. Einen Dollar Trinkgeld. Ey, die wollen ja in der Kabine verschwinden, das geht nicht. Hä, macht eh das so. Hä? Hä? Ich bin komplett fertig mit der Mail, Alter. Der sitzt halt auf... Ne, der sitzt halt neben... Hab ich eine Waffe, kann ich nicht töten? Der sitzt halt neben... Äh, äh, äh. Der tanzt erst mal planweise. Oh, schön, ey. Aber ich will... Ey, warum tanze ich jetzt auf einmal im Klo? Hä? Warte mal. Wo sind denn die geparkten Autos? Ich will den Disco-Boost und so angucken. Ja, lass mal ein bisschen on-tour gehen. Lass mal ein bisschen Werbung machen für den Club hier, Alter. Ja, man... Ja, man muss um die Mission starten. Ja, aber ich hab... Hä, wer steht denn in den... Alter, wer ist das denn? Aber ich hab irgendwo noch einen Bunker. Warte, wir müssen mal zum Bunker gehen. Ey, mit Bunker? Ich dachte, wir sind hier im Nachtclub, Alter. Was für einen Bunker? Fangen wir jetzt in den dritten Weltkrieg oder was? Was ist denn da? Was ist denn da? Hier. Ja, Untergeschoss. Was gibt's denn da? Ach du Scheiße. Ich bin mal mit da. Untergeschoss. Ach geil, wir dürfen nicht mit. Ich geh mal rein in den Aufzug, ne? Ich bin ready. Ihr müsst E drücken oder so, ne? Ja. Ne, bei mir geht gar nichts. Ich finde halt, diese Bunker-Geschichte, die passt irgendwie gar nicht zu dem Nightclub-Update. Also du musst halt wieder irgendwelche Sachen sammeln, Güter sammeln, um die da einzulagern. Aber hä? Bin ich nicht bei euch im Bunker? Finde ich viel geiler, wenn man so einen Tanzkurs geben könnte, Alter. Kannst du mich nochmal einladen, Dennis? Ja, warte. Ich krieg grad dieses Tutorial angezeigt, was ich alles machen kann im Bunker. Ja, ich zieh sie. So. Kaufe! Achso, man muss Kokainwaffen. Warum muss man Waffen kaufen, Alter? In einem Bunker? Weiß keiner. Ja, ein bisschen was Kriminelles muss doch immer damit zu tun haben, sonst werdet ihr nicht GTA. Ja, aber das ist halt genau das gleiche System wie bei Import-Export und so. Ja, ja. Aber das ist ja schon seit jedem DLC irgendwie so, ey. Tonis Funhaus. Boah, guck mal da, Alter. Wir kaufen alles. Kann ich jetzt da rein? Organe. Versuch mal mich einzuladen. Alter, was ist das denn? Bei Dennis im Club kann man auch Organe kaufen an der Bar. Echt? Nein. So. Nee, das war grad so abgebildet im Lager. Echt? Hä, krass, man kann die Lieferfahrzeuge alle upgraden und so? Warte mich mal ein! Ja, warte doch mal bitte. Ey, entspann mal ein bisschen. Ja, dann warte mich ein. Ich komme nicht rein. Ich kann nichts sehen. Kann ich euch denn hier einladen? So, ich bin drin. Boah, wie geil. Mit der Panzerung. So, warte. Ah, das ist jetzt hier der Bunker, ne? Ja, der Magis ist doch auch einfach hier reingekommen. Weil er drin ist in der Organisation. Ja, sowas hat man halt im Nachtclub unten im Boot, also im Nachtclub unten im Keller. Alles klar. Wie tief geht das denn da rein? Das ist ja tiefer als Atombunker vom Präsidenten. Das sind halt fünf Ebenen, ne? Was kann man denn hier alles machen? Kann ich hier was machen? Warte, ich muss glaube ich mit irgendjemandem reden. Moment. Mit dem da oben vielleicht? Da steht auch einer, der hat ein Glas in der Hand. Ich weiß, dass... Ich weiß, dass man, ähm... Die Autos upgraden kann ich mit dem rein. Komm, wir fahren mit Limo eine Runde. Komm, steig ein. Jawohl, Alter. Wir können jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen, ne? Wenn ihr wollt. Ein bisschen Sachen falsch halten. Ich würde gerne die Drohne kriegen. Du kannst legitim Geld verdienen und Clubmanagement-Missionen als VIP-CEO oder MC-Präsident starten. Ah ja, warte, ich guck mal. Das ist... Ja, aber das ist ja scheiße. Es gibt halt mehrere Sachen, die du machen kannst, ne? Ja, es wird wahrscheinlich so sein, wie damals auch bei dem Jetpack oder so. Dass wir die dann bekommen, ne? Ja. Guck mal, die Limo hier. Junge, was ist da? Wie habt ihr das gemacht? Jo, Alter, der fährt, der fährt gleich nach Afghanistan, Alter. Guck mal, da vorne ist Walle drauf, so weißt du. Das ist DJ Pastor, das ist DJ Walle, Alter. Kann ich das einfach bei Los Santos Custom tunen? Die Limo? Oder kann ich das auch... Ja, oder du fährst einfach hier in so eine Werkstatt rein. Ich glaub, das geht. Ja, dann machen wir das mal eben. Bevor wir die Mission machen, gehen wir die Limo mal tunen. Das ist auch so eine Stange, Alter. So eine Leibniz-Keks-Stange, Alter. Ja. So. Wie war jetzt mal hier die Karre ein bisschen... Oh. Alles klar. Du müsstest eigentlich noch so geil anziehen, also Smokings und so, Mann. Ja. Hat man nicht im, ähm, Nightclub mit Tuning-Werkstatt? Wat? Eine Tuning-Werkstatt im Nightclub? Ja, oder dass man das da modifizieren kann? Es gibt jetzt auch Jetpacks, Alter. Ja, äh, beziehungsweise Drohnen. Was soll ich denn da sagen? Ein neues fliegendes Motorrad und so, also... Komm, erstmal müssen wir eine Limousine hier. Dunkler machen die Scheibe, Alter. Können die Drohnen auch schießen, dann? Weiß ich gar nicht, wie ruhig das auf einmal ist. Äh, warte mal. Ja, können die schießen, oder nicht? Ey, ich hoffe nicht. Junge, wir machen jetzt erstmal... Warte mal. Ich weiß, was wir für Felgen brauchen. Moment, wo sind diese Dollar-Felgen? Äh, Luxus? Kann ich mich auch hier umschauen, Alter? Ne. Okay. Hä, was jetzt? Hä? Ich stehe. Ich glaub, ich bin ausgestiegen. Kannst du rumlaufen dann? Ne, ne? Was ist das denn? Achso, ja, den kenn ich. Den hab ich ja vorher fast. Alles klar. Ey, die Limousine wird richtig geil, Curry, Alter. Warte mal ab gleich. Ja, ich bin draußen. Oh, Schöne. Ich komm jetzt, ich komm jetzt. Boah, erstmal tiefer legen in den Ofen. Oh. Bin gespannt, Alter. Ich freu mich, ey. Was denn? Was? Du kannst die Limousine mit den... Du kannst die Lichter drin bearbeiten? Komm, wir machen. Geil. Warte mal. Aber ich dachte, hier gibt's irgendwie so Adda Design. Boah. Ich muss mich auf jeden Fall mal umziehen, Alter. Das geht so nicht. Ja, wir fahren jetzt alle zusammen mit der Limo zu einem Laden, Alter. Komm. Das ist ja... Das ist ja... Also, so kann ich ja nicht hier rumrennen. Also, ich seh ja nicht aus wie ein Nachtclub-Mitglied. Ne, Mann. Gibt das eigentlich neue Klamotten? Ich glaube schon. Okay, doch nicht. Also bestimmt. Wahrscheinlich. Adda? Boah, Junge, unsere Limo, ne? Die ist Killer, Alter. Komm mal raus, Alter. Ich hab dich... Ich hab euch gemietet. Ja, warte, warte, warte. Ich brauch noch eine Farbe. Moment. Junge. Was ist das für eine Pornolimo? Guck mal rein, Junge, Alter. Guck mal da rein. So, warte. Lichter machen wir auch noch. Komm. Neon-Anordnung. Okay, das wird jetzt... Du wirst gleich richtig einen Stift haben. Warte. Der Stift kommt mir jetzt schon angefahren, ey. Moment. Ich bin sofort fertig, Gucki. Warte. Motorhaube. Wir haben auch noch was geiles rein. Boah, was gibt's denn hier alles, ey? Dann machen wir lieber das hier. Sprengstoff, Auspuff. Ja, sie ja. Sprengstoff. Alles klar. Bremsen haben wir auch noch rein. Panzerung auch noch. Wagen ist ready, Alter. Oh, wie viel hab ich jetzt für das Tuning ausgeben? Weiß das jemand? Junge, das ist schon ein Karriere. Geh los. Alter. Lass mich rein. Lass mich rein. Ja, jetzt müsst ihr noch einen Platz geben. Ja. Oh. Guck mal. Mach mal ECO-Perspektive, Junge. Guck mal da hinten. Alles klar. Ich guck als erstes in den Mittelfinger von Muggles. Ja, moin. Moin. Ey, wie viel hast du dafür jetzt bezahlt, weil er jetzt hier nieder ist anstatt weiß? Weiß ich glaub 60.000 oder so. Ja, was ich aber schade finde, man hätte das auch so machen können wie in den Flugzeugen, dass man diese Champagnergläser da nehmen kann. Ja, das wär gleich gewesen. Oder so. Was man jetzt so trinken kann. Das wär cool gewesen. Ja, ja, ja. So an der Art. Oder sich irgendwie ne Zigarre oder so rauchen kann. Irgendwie sowas. See me rolling. See me rolling. See me rolling. Komm, jetzt müssen wir uns noch umziehen gehen, Mann. Und dann machen wir... Oh mein Gott! Alles klar. Hä? Fährt einfach weiter. See me rolling. Ich bin aus dem Wasser raus, ey. Der Bass ist kurz gedroppt, Alter. So, warte mal. Wo ist denn hier ein Klamottenladen? Ponsen, da. Geile Anzüge, ey. Ah, ich bin ready, Alter. Danke. Junge. Es geht los, Alter. Mann, Mangels. Mangels, hau ab da. Guck ich werden. Nein. Heute noch, also. Gut, will der Stuburder noch heute einsteigen. Ja. Einer nach dem anderen da rein. Ey, ich stecke ne falsche Auto ein. Warte mal. Hä, warum schenkt die andere jetzt aus? Hallo, ist jetzt vorne ab da hinten jetzt. Aber tag ich. Komm, wo müssen wir denn hinfahren? Ah. Bringen Sie uns einmal bitte zum Club, ey. Junge, was geht hier drin ab? Ab zum Club. Komm sofort. Na, keine Mucke, ey. Uh. Ich hab mir halt diesen Dings-Bus geholt. Oh, warte mal, Curry. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Da stehen einfach so ein paar Milchschnitten nebeneinander, Alter. Wo ist der denn jetzt? Man hat halt so viele Logos inzwischen. Ja, ich weiß gar nicht, wo das Fahrzeug ist. Steht er hier vorne jetzt? Was fährt denn da links? Hat der Muffloch denn schon wieder? Wo finde ich denn jetzt den Bus? Da ist er noch. Wo? Guck mal hier. Das ist aber nicht meiner. Mach Musik an, Alter. Egal, wir fahren aber alle mit. Ja, das war eine Explosionsparty, Alter. Jetzt aber. Ich schwöre, wenn da jetzt wieder in die Luft gespringen wird, ne? Guck mal, dann machen wir die Party an, Alter. Oh, ich bin ready. Mach nochmal ein Radios... Ah, ja. Jawoll! L-Licht ist an, Alter. Los geht's. Können wir nicht tanzen, Alter, irgendwie? Na klar. Hey, wie machst du das? Ähm, Überschiff. Wir werden einfach da oben so drauf chillen und tanzen. Guck, wir fahren. Ja, Party. Ja, los geht's, Alter. Wo fahren wir denn hin? Ey, was macht meiner denn jetzt, Alter? Ja, mach mal langsam da oben mal unten. Was ist denn da? Komm, wir gehen vor PD Party machen, Junge, Alter. Meiner können sich richtig, Alter. Guck mal. Ja, hey, du ist weg, Alter. Junge, Party ist da, Alter. Vor Polizipraben. Geil. Geil, fahren weiter. Boah. Ich hab's getan, Alter. Eww, eww. Ey, Gigi, fahr du mal, komm. Warte. Okay, warte. Komm ich da hoch. Wie tanze ich denn während der Fahrt überschiften, ne? Ja, die Mucke musst du anmachen. Hör dir die Musik an, ne? Hey, wie tanzt du, Junge? Alles klar. Äh, oder Festchildpasser, aber du musst... Also überschiffst, genau. Ja, genau. Ja, der macht ja bei mir diese Animation. Egal. Machen wir das. Oh, was ist denn hier los, ey? Das macht nicht. Beste Party, Uwe West. Partybus fährt durch die Gegend. Kaff ich ja viel drüber, Alter. Alter,ittä. Alter, lelelele. Uh. Äh, lelelele. Äh, lelelelele. Oh. Uh. Äh, lelelelele. Das ist echt geil, das ist richtig lustig. Spott geht der online. Nö, Alter, lass uns alle kicken. Geht der online. Ja, Crewsitzung ist besser, aber da können wir halt keine Mission machen. Ja. Wie kann man so hobbylos sein, Alter? Egal. Warum können wir nicht einfach alle kicken? Lass sie doch kicken, Alter. Ist doch scheißegal, das kriegen wir hin, Mann. Okay, alle kicken. Probiert's einfach mal. Guck mal, wie... Alter, sei froh, dass ich keine Munition hab, Alter. Oh, sorry. Guck mal. Wie heißt der Mensch? Guck mal. Guck mal, wie steil der geht. Na ja. Leute, ich sag mal, wir sind in der nächsten Folge. Mal gucken, was da... Was da passiert? Ja? Ey, Crewsitzung, wenn du den jetzt da raushalten kannst, ne? Aber ich versuch auch mal. Oh mein Gott. Warum?